Chef, ich habe mal eine Frage. Gehört dieses Wetter zum Schlechtwetter, wenn du nicht mehr arbeiten kannst und nicht mehr stehen kannst? Das ist ja nicht mehr normal hier. Also ich hoffe, wir nehmen das als Schlechtwetter auf hier. Du stehst dieser Steine, du musst nicht mehr laufen selber. Du musst ja gar nicht umgelegen laufen. Guck dir das mal besser an. Das ist ja nicht normal hier. Also Jungs, ich wünsche euch allen einen schönen Arbeitstag. Wer bei dem Wetter arbeitet, sagt dem Chef, wir haben nicht mehr alle Tasten im Schlag. Ich mache erstmal Feierabend jetzt.